Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Fettarm Essen heisst einerseits wenig Fett zum Kochen zu verwenden, andererseits fettarme Produkte zu berücksichtigen Wie hier zum Beispiel die geschnetzelte Rindsläber, die ich in wenig heissem Anken anbrote habe, aus der Pfanne nehme Und mit Salz und Pfeffer durchwürze Messen Sie wie bei allen diesen Fitnessrezepten immer Zutaten gut ab Auch den Rotwein, den es jetzt braucht, um den Brotensatz aufzulösen Dann wird die Leber in diesem Fond noch einmal kurz erhitzt und zu kochten, gut abgetropften Spargel serviert Noch warme Vollkorn-Toast-Schnitten passen sich gut dazu Denken Sie also daran, zu viel Fett ist Sorgekind Nummer 1 in der heutigen Ernährung Das Rezept, das Sie jetzt gerade gesehen haben, enthält pro Person ungefähr 465 Kalorien Und steht auf Seite 210 im Teletext Nach dem Rezept «Mehr Genuss, weniger Kalorien» gibt es jetzt bei Coop die neue Linie für Fitnessprodukte Zum Beispiel diese Neuheit, Fitness Light Butter Das ist richtige Anken, aber viel leichter, mit 38% weniger Kalorien In 100 Gramm Möden, exklusiv bei Coop Also, bleiben Sie fit, essen Sie gesund Firenze Sommerstrickgarn Mouliné in 10-modischen Farben Offeriert Ihnen Coop für nur 2.50 Franken pro Neuel Und frischgeröstete Bohnenkaffee Jubilor für nur 5 Franken Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Lola Jockey im 5-Pack, Milch- und Nussspritter für nur 2.95 Franken Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop 2,5 Kilogramm Apfel in der Tragtasche Jede Sorte 1.50 Franken günstiger Zum Beispiel Idaret Klasse 1 für nur 4.25 Auf Wiedersehen!